Die Kunst ist die absolute Freiheit und Selbstbestimmung. Es sieht aus wie Überreste von einer Baustelle. Ich war sehr enttäuscht. Für mich ist es der Beginn, über die Kunst anders zu denken. Sind Sie darüber im Klaren, dass Sie sich entfernen mit dem, was Sie tun, von dem traditionellen Kunstbegriff? An dem Physik ist der Kunstbegriff so erwartet, dass jede normale Situation Kunst ist. Ich bin gar kein Künstler. Es sei denn unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler verstehen. Dann bin ich wieder dabei. Am besten, man erreicht alle zu gleicher Zeit. Nehmen wir an, Sie kommen in einen Saal und können sofort abschätzen, was sind die Fragen der Leute, die inneren Fragen. Sie haben mit 54 Studienbewerbern, die von der Akademie abgelehnt wurden, das Sekretariat besetzt. Man muss etwas erreichen im Sinne einer Bewegung auf die Zukunft hin. Die Provokation heißt immer irgendeine, jetzt wird auf einmal was lebendig. Kunst ist der einzige revolutionärer Macht, weil es auf die Kreativität gebraucht wird. Durch die Idee von Kunst, die Demokratie könnte einen Tag realistisch sein. Es war wunderbar, zu arbeiten mit jemanden, der so großartig ist. Es war wunderbar, zu arbeiten mit jemanden, der so großartig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017